So und hallo und herzlich willkommen zum neuen Part Let's PS Lesion of Zelda Skyward Sword Ich habe schon ein bisschen angefangen Leute, dass diesen Bosskampf schon, ja, zu besiegen habe ich schon ein bisschen angefangen, ja, und jetzt sind wir mittendrin im Bosskampf, also nicht wundern. Wir sind leider die Musik machen, dann ist auch alles gut Leute, heute genau, so, bis jetzt bin ich sehr zufrieden und ja, ich glaube, dass wir auch den schaffenden Bosskampf für heute, das, ja, gut geil. Ich war es dabei, alles genau. Schöne Störung, ach Gott ey, hör auf Störung ey. Störung, danke. Segal, alles gut Leute, genau. Shit. Viel mehr, was. Steh den ganzen Drachen rein, du, gute Dude. Steh den einfach rein. Okay, das war gut. Das war gut. Doch, lol, jetzt muss ich ganz schnell, ähm, hier. Scheiße, er hat mich bekommen. Jetzt muss ich ganz schnell aufladen, sonst sterbe ich ja. Und ganz schnell aufladen, jetzt. Ach du scheiße, ein halbes Herz noch ey. Dann wäre ich gestorben. Ach du scheiße, war knapp. Dann hätte ich die Aufnahme gar nicht, gar nicht mal auf YouTube hochgeladen, wenn ich jetzt gestorben wäre. Oder wenn ich jetzt gestorben wäre. Habe ich noch gehabt noch. Ich habe Glück gehabt Leute, jetzt genau. Okay, jetzt ganz schnell. Ah, tue ich ja, tue ich. Ja, ja, tue ich. Dann sagst du, da kann ich einfach genau nehmen was hier. Ah, schuldet einfach. Du bist gemeiner, Mensch, was soll's. Okay, war gut. Jetzt nur wegrennen von den doofen Mann. Bis jetzt auch alles nice, Leute, genau bei Video genommen. Scheiße, er hat mich noch bekommen. Keine sein, ey. Keine sein. Ich verstehe nicht, warum er mit mir rum hat, aber gut. Das verstehe ich aber nicht, aber was soll's. Er hat mich irgendwie bekommen, aber das ist komisch. Was soll's. Okay. Aufpassen, jetzt ist er wieder ganz verrückt und will nach oben kommen, aber er wird irgendwann ungebarmt, weil da Bomben ankommen. Was soll's. Okay, jetzt wird er gedauert. Geohnt. Shit, doch nicht. Zu spät. Aber jetzt, aber, jetzt, aber. Ja, genau, jetzt, Lottis. Ist er da unten? Schau mal, ob er da unten ist jetzt. Ja, er ist da unten. Oh mein Gott. Wer hat einen Boss besiegt. Du wirst verrecken jetzt, ey. Zwei Boss besiegt haben wir. Das freut mich ultra, Lottis. Wer hat ihn besiegt. Brrrrram. Besiegt. Super nice, Leute, genau. Yo, Lottis von Hottis. Super nice, ich weiß. Ja, gar scheiß. Ich will hier mal Störung, aber was soll's. Sollte es genau. Okay. Hier, wo die, die heißt, konnte. Yo, haben wir uns richtig verdient. Das freut mich der. Yo, sehr nice. Super nice, ich weiß. Genau, let's go. Okay. Oh, dann haben wir auch den zweiten Szen geschafft. Ich bin überhaupt glücklich, weil wir das jetzt geschafft haben. Hier, eben diesen Part. Ja, ich bin sehr zufrieden auf jeden Fall. Okay. Wir müssen hier erstmal hier, ähm, Bomben aufheben. Genau. So muss es sein, Leute, genau. Einmal da, einmal da, einmal da, ja, genau, Leute. Okay, das wird reichen, deswegen, ich bin auch einfach jetzt weg. Und gehen, jetzt durch die Tür. Wir gehen durch die Tür, ich bin gespannt, Leute. Genau. Was uns jetzt erwartet hier. Zelda ist doch hier. Oh mein Gott. Okay, super nice. Nein, Zelda, nein. Papier, bitte. Kami. Was hast du dagegen, du olle Impa? Mann, wir haben uns vermisst, man. Das ist kaputt, ist da nicht mal auch mal nicht gemein, ey. Ach, ich hasse die noch, hasse die noch immer. Auch in Acoming of Time mache ich auch nicht. Obwohl sie ganz gut aussieht, in Acoming of Time, aber was soll's. Nein, Zelda, ich habe euch schon erzählt, dass ihr euch zurückhalten sollt auf eure Aufgabe konzentrieren müsst. Ach, Mann, oh Mann, oh, Meter, ey. Kami, es tut mir leid. Ja, das ist eigentlich immer schuld, aber gut, okay. Shit. Mann, Koti, du doof, ey. Boah. Was bist du jetzt? Du bist viel zu spät, wenn ich dich so sehe, beflächte mich der Gedanke, dass die Göttin sich bei der Ehrewahl verzeihen hat. Deine Fähigkeiten reichen ja aus, um Zelda zu beschützen. Und du, du kannst immer nur Schnauze aufmachen und gar nichts mehr machen, ja. Sie gefällt also nicht, was ich sage, ja. Ja, genau, ich hab's dir gerade gesagt. Genau. Das Spiel merkt, warum ich sie hasse. Und das Spiel merkt, was ich nicht mag. Ha, das passt perfekt. Obwohl ich, Obwohl ich irgendwas gesagt habe, sagt das Spiel einfach, Oh, gefällt dir nicht, was ich so sage. Ha, Das ist voll nice gemacht, ey. Das hat perfekt gepasst. Supergeil. Aber wenn ich nicht zurückkommen kann, Und auch nicht gekommen wäre, Wäre es halt jetzt in den Händen unserer Feinde. Es hat keinen Sinn, das Ganze in schönen Worte zu verpacken. Du fahrst zu langsam. Halt deine Schnauze, du bist langsam und du bist immer nur Aufträgen und eingebildet, ja. Mein Gott. Zelda muss weiterreisen, Um ihre Bestimmung zu erfahren. Wenn du außerwilder Zelda helfen willst, Musst du die Prüfungen, die von dir liegen, bestehen. Nur so erreichst du die nötige Stärke, Um Zelda wirklich helfen zu können. Wirklich wirken, nicht wirklich. Mann. Wirken. Oder wirklich. Aber nicht wirken. Ach ja, was soll's. Es ist, sieh weg, aber Zelda auch leider. Was soll's. Na gut, okay. Scheiße, also sonst. Aber hat mir Spaß gemacht. Das ist gut zu dran, Leute. Genau. Es ist ein sehr trauriges Ende, tatsächlich hier, nach den zweiten Dungeon. Ja, das tut schon mir so ein bisschen weh im Bauch. Was soll's. Was soll's. Es ist ja auch ein geiles Spiel. Ich kenne das Spiel ja schon, das ist so ein großes Spiel. Und ja, ihr wisst ja, ob ich das liebe Spiel, ich liebe es aber nur. Deswegen zocke ich euch auch mit euch durch. Nur sehr langsam, aber was soll's. Zwei Dungeons jetzt, kann man schon nicht sagen. Ich bin nur ein bisschen langsam, aber das werde ich jetzt ein bisschen auch kontrollieren. Aber was soll's, ich gieße halt ein bisschen langsam an, dass wir auch saubere Sachen sehen. Ich glaube, die ist genau, okay, was soll's. Aber, was soll's. Jetzt zünden wir diese heiliger, heiliger Bernstein-Kraft wieder an. Let's go now. Die Beter, diese Sprache verwendeten die Götter vor langer, langer Zeit. Ich werde die Worte nun übersetzen. Hör gut zu. Ja, ich mach es, Lottis. Von jemandem leid, unreiseleid des Raumes, Leid sich die Däner des Schwertes, der meiste Natural erfüllt. Auf ihren Weg besucht sich die heilige Maid vom Himmel. Ihren Schicksal folgen die Quelle des Erdlandes. Das Land ist anders, Rannel. Dort öffnet sich das Zeitvorsal, wenn es so sei, an vier sehr vorbestimmt ist. Oh mein Gott, Leute, ich kann euch sagen, ich liebe Rannel. Ich würde sagen, Rannel ist meine Lieblingswelt oder auch mein Lieblingsort hier in Santa's Skyward Sword. Die wird bombassig gute Welt. Was soll's. Wir haben sie bekommen. Super nice, Leute, ich genau. Du hast die Bernstein-Staffel bekommen. Oder auch erhalten. Sie ist aus Speyerin, steingefertige Hund, scheint er alt zu sein. Ja, so ist es. Okay, okay. Und jetzt wohin? Ah, okay. Mach dir mal jemand erst. Kubita Zelda scheint sich in dieser Quelle, später als hier heute, gereinigt zu haben. Ich schätze, dass sie nun in ein Gebiet namens Rannel unterwegs ist. Wenn wir die Standhafte zum Tempel bringen, wird eine neue Lichtseule erscheinen und wir können ihr nach Rannel folgen. Ich schlage vor, zum Wolkenhaut zurückzukehren und von dort aus nach Rannel zu reisen. Ja, machen wir auch. Aber jetzt erst mal zum Wolkenhaut, genau, Leute. Oh, jetzt sind wir wieder in Achtal. Okay. Jetzt sind wir wieder hier. Super nice, Leute, genau. Speyerprogramm erfolgreich, Bennett. Danke. Okay, jetzt sind wir wieder hier. Super nice, Leute, okay. Nach, du scheiße, das geht jetzt. Okay, was soll's. Die sind die G-Din drin, aber ist egal. Die Störung, was soll's. Aber ganz kurze Störung, was soll's. Okay, äh. Da hat man eben stehen. Man, Linken, mach ein scheiß jetzt. Das geht da in der ersten Kieler, deswegen. Das kommt, wir fangen das Viech. Genau. Wir haben ein Alien. Skarabos gefunden, sehr nice, Leute, ist genau. Yeah, sehr nice. So. Und das wäre so, glaube ich, glaube schon. Ich glaube schon, Leute, ist auch, ja, glaube schon. Ja, dann gehen wir auch jetzt zum Wolkenhaut, wie ausgemacht. Let's go. Da gehen wir auch wieder einkaufen. Ich denke mal, dass wir auch wieder einkaufen gehen. Bisschen und Vorheiten für die Rennel. Für die Rennelzeit. Genau. Genaustens überprüfen wir auch noch andere Gegner. Ja. Andere Gegner überprüfen wir auch noch, Leute, genau. Wie scheiß Kiesnode, genau. Ich glaube, hier ist nichts, ich glaube, hier ist nichts, hier ist gar nichts. Hier ist nichts, okay, hör mich. Und wir springen von hier ab, genau. Und auf B, so war das, genau. Jetzt aber erst mal den Rennelstein aktivieren hier. Genau, Leute, super nice. Genau, das machen wir auch jetzt. Die Rennelstein-Tafel hier einsetzen. Unsere letzte Standtafel, unsere letzte Standtafel. Aktivieren wir auch jetzt hier rein. Genaustens überprüfen wir auch noch, ähm, so ich glaube, unten, da gibt es so eine Leiter, glaube ich, da kann man auch noch was machen, deswegen. Da will ich mir auch gleich genauestens, oder auch genau umgucken. Und wir haben die gelbe Linie hier erreicht. Super nice, ich weiß. Gebieter, ich stelle fest, dass ich in der westlichen Richtung ein weiteres Fauch in der Wolke aufgetan habe. Es führt sich an einen neuen Ort, ich empfehle dir, diesen Ort auszusehen, sobald du dich auf die Reise vorbereitet hast. Oh, vielen Dank. Danke für die, äh, Ermahnung und auch danke für das Tipp. Für das, für das Anfragetipp. Für das Anfragetipp. Anfragetipp, Ermahnung, so. Äh, jetzt, wohin, äh, ja, nach draußen, Sünderleute ist. Upsalat, nein, nicht Wir-Störung. Danke, schön. So, vielen Dank. Ich würde sagen, diesmal gehen wir auch ein bisschen später erst nach Ranel. Nicht wie bei mir, weil wir jetzt mal ein Part dann hierbleiben und dann schon nach Ranel. Ich würde sagen, so zwei, so zwei, eins Part noch bleiben hier und danach gehen wir erst nach Ranel, aber nicht genau. Aber gut, okay. Okay, let's go. Geht erst mal rum schlafen bei uns, genau, Leute. Okay. Äh, ja, wie gesagt, ähm, hier gibt's wieder so schöne, tolle Sachen. Ich glaube, hier hat sich nicht verändert, Leute ist hier im Schulzentrum oder auch in der Schule hier. Also, ich glaube, ich nix verändert, ähm, nach dem zweiten Dungeon, wenn wir nicht ihre Leute sind, ich glaube, hier hat sich kaum was verändert. Vielleicht nur so anfragen, aber ich glaube, mehr nicht. Okay, okay, was soll's. Jetzt erst mal nur rum schlafen. Äh, genauestens. Schlafen tun wir erst mal jetzt genau. Ich hab vergessen, bis abends zu machen, was soll's, bis abends, nur bitte, danke. Bis nachts, ja, bis nachts, wie auch immer, ist egal. Ja, jetzt haben wir nachts. Gut, danke. Okay, 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 sehr schön, also, ich finde das auch sehr schön hier in Zelda, in Zelda Zelda Skyward Sword. Okay. Der Passage hat zu viel gesagt, aber, okay. Ich hab vergessen, wo's noch mal ist. Da hinten ist irgendwo was. Das wäre das nochmal. Dach, genau hier, oder? Keine Hand an, es hieß? Kann sein, oder? ja oder doch nicht schade ach Gott Das ist ein Rapport, das ist ein Rapport, aber es ist ein Rapport, das ist ein Rapport. ich habe es nur schade konto mann hier aber so wie es nicht oder ich glaube oder ich glaube nicht doch ich habe vergessen hier genau hier ja hier oder hier oder was kann sein kann sein dass es hier war nein nein ich verstehe mann störungen sind gerade nervig was soll es okay nein 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 es ist okay Du willst dir gar nicht mehr Arsch an oder was? Oh, jetzt reiß! Komm, mach doch, du Folli-Diot, ey! Hier ist es doch nicht, okay. Ich würde sagen, das war von Wille, wir werden beim nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal, scheiße, ey!